hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge wo ultimate chicken horse mit jannik renne und dominik hallo warum gehe ich eigentlich wieder auf hausdächer warum gehe ich wieder auf hausdächer wenn ich da eben verloren habe ja ja warum verrätst du denn alles was bist du denn für langweiler man da habe ich schon wieder auf so schöne fallen gefreut na er wollte es direkt und schaffer machen oder was okay ach laber nicht fährst du jetzt einfach mit dem fahrstuhl da oben gut ist ach wozu fahrstuhl ich bin auch für fahrstuhl es ist mir nicht schafft gerade so blöd durch die lücke zu springen jetzt kann ich es langsam spiel du bist da inzwischen gekommen renne ja nicht leckt bei mir übel ja nicht leckt bei mir übel ja nicht ein spitzerspiel wie ich einfach verhindert ja was wollt ihr denn ich hab einen punkt geholt mit einer falle also hier liebe freunde watch out we have a badass over here das kann man gar nicht dringen jetzt kommst er gar nicht mehr hoch ich konnte mich nicht entscheiden wo ich sie entsetze was klebe ich ist aber klebrig da gar nicht alles ja danke leute ich bin da hochgekommen oh gott ok predeschafft es eh nicht ja richtig halb mir gedrückt du musst auf den knopf drücken idiot selbst wenn ich auf den knopf drücken kommt da nichts runter der schluss ist das hier ja normal einer muss es ja sein warum steht ein dick ich bin so dämlich warum steht ein jannik leckt bei mir übel alter ist echt krass alter ich bin grad so inkompetent jannik ist bei mir schon dreimal gestorben ich bin tot ja bei mir leckt der aufrad weg ja bei mir ja bei mir auch die ganze zeit du sprichst die ganze zeit freust dich ich habe einen ganz normalen ping ja das ist der desing scheiß hostings immer willst du aus so wer es schafft kriegt doppelte punktzahl nee so geht das schon mal nicht so ein scheiß jetzt reicht es aber auch kackst du bist du einfach so schlecht oder tust du so sag mal wie bist du dahin gekommen ich wusste es ich wusste es guck mal digga mir steckt die ich steck die scherbe im arsch mir steckt die scherbe im arsch ey das wasser ding hab ich gut gesetzt ich hoffe davon kriege ich jetzt punktzahl wenn ihr schafft das mal bitte das gibt es doch nicht was will ich gerade wieder so schlecht ja herz willkommen aber das zählt als fall oder was falle ist nur etwas wenn sie wenn ich etwas aktiv töten ohne dass noch mal irgendwo gegen geklatscht wirst oh yeah baby boah alter wer ist das huhn René ich hasse René so man hätte natürlich jetzt dein Ernst genau wenn ich springe wechselt das ich hab grad den zweiten Punkt verkackt oh leil nein oh mein Gott ich bin tot als ob es da oben auch lang geht ja da oben kannst du auch lang aber ich bin so dämlich Kotti Kotze Och ne ich will die Pflanze ja ich hab da auf die Pflanze geklickt alle machen die Pflanze schafft keiner mach Och man wer ist denn immer dieses Huhn Pfff Och ich achte ich achte auf dich also ich hab gedacht ich wär du gerade Leute was ich wollte grad sagen er hat bei mir alle Pfeile zerstört du hast weiter gesprungen ja das war wir auch was bei euch angezeigt wird das ist sowieso Quatsch das ist The Kuhn Boah wer war denn wahrscheinlich wieder das Huhn Was? Das über den Laufbändern Nein das war Dings Kotti Kotti Ach Leute das werden wir jetzt mittlerweile erst in der Oh Junge wie machen wir das denn jetzt Ja nicht so wie ich es gemacht Aber so Kann man einer den Knopf unten drücken? Bitte Nein du Muschi Ne ne wie machen wir das Also es gibt ja zwei Möglichkeiten ich kann jetzt hier weiter tanzen oder ihr lasst mich gewinnen Du bist du doch der letzte der Leben Du bist der letzte der Leben Ja aber ihr müsst mich gewinnen lassen Ja wie sollen wir dich Alter bist du grad kernbehindert? Ja Jetzt geh ins Ziel Junge Ja von da unten komm ich nicht rein Natürlich kommst du von da unten rein Da kommst du da unten rein Da kommst du da unten rein Du musst es nur richtig machen Vor allem wie sollen wir dich gewinnen lassen wenn wir tot sind Ja ihr dürft Wissen ich hab das nicht Du hast es jetzt schon zweimal probiert Ja Ich hab das Spiel nicht zu dämlich dafür Wie viele Reifen haben wir jetzt? Es sind keine zwei Ne das wäre dann wieder zu easy Hä was oben Warum willst du es da unten machen? Da kommt doch keiner durch Ja ich Ne Setz einfach irgendwo hin Ja nice Das ist jetzt gut Da Besseren Punkt jetzt zu nicht finden Jo Hier komm ich hoch Aber ich hab voll die geile Idee Wenn das nicht klappt dann hab ich verloren Okay Oh fuck Wir hatten glaube ich denselben Plan und dann nach links ne Ja Weil nach rechts kommst du nicht lang Ich hab's bisher nicht geschafft Also es geht aber es ist halt so schwer Ja weil das Wasser halt ein übel wegdrückt Ah Ah nein Oh ja nicht schafft das Warum genau versuchen musst du eigentlich mit Aber nicht mehr über den linken Weg Ich hab den mittelang nicht mehr hingeguckt Weil ich den zugebaut hab Ja Warum haben wir es eigentlich die ganze Zeit so schwer gemacht? Ja ich hab genau die richtige Okay Ja weil ich das Ding jetzt nicht hingesetzt hab Aber Du hast das Ding ja eben zugemacht Der kommt da nicht hoch Doch Oh ne Meine leichte Übungen Nein Boi Boi Und der ist dann bei mir wird ein Pfeil angezeigt Ach ja Ich mag gerne auch mal die Mapschaft Nein Nein Das ist dir nicht erlaubt So jetzt verbaue ich euch den Weg wieder Kann sich mal am Arsch lecken ja lecken Mach das nubig alter Was hat er denn gemacht? Ich hab nicht hingeguckt Ich hatte den Holzbalken hingestellt Ja Ja sitzt die Tür davor Nein ma Nicht so René macht die Bombe zu der Plattform die da hoch und runter geht So Lame ey Boah richtigen lame Boys hier Wobei ich darf nicht sagen ich hab's über den Weg noch nie geschafft War grad sagen Du musst es erst mal schaffen Oh Ich bin so kurz zum Haus raus Das gibt's Erst mal schaffen Lol Ne Ich war grad an der Tür gefangen da hat mich ein Pfeil getroffen Da fliegen Pfeile lang an der Stelle? Wo sollen denn da Pfeile herkommen? Ey da ist meine Armbrust aber Ich bin nicht im Pfeil gestorben Ne du bist da Du bist durch die Tür gestorben Nein da hat mich ein Pfeil getroffen Ne der hat meine Armbrust Ah weil mein Armbrust an dem Bogen hängt So Wer hat denn die Bombe gehabt? Ich hab grad nicht hingeholt Alle ganz vorsichtig Mann ihr Wichser Ah nein Ah nein Ah Ah Nein Ich bin so schlecht Ich bin so schlecht Und das ist Nico sterb Komm Ja bitte Wie hast das jetzt? Okay ich mach das wie Anik Nein das geht nicht Das sehe ich jetzt erst Tja wie machen wir das jetzt? Tja wie machen wir das jetzt? Wie hast das jetzt gemacht? Tja wie machen wir das jetzt? Ach man Mann Sag ich richtig easy jetzt Ey das wollte ich grad sagen Dadurch dass das Ding da ist Stell dich einfach da drauf und spring da hoch What the fuck? Hä was 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 Ich verstehe Lass ihn einfach Ich sag nichts nicht Ich sehs nicht Das ist was du meinst Oh Gott Nice Ah ich weiß Nur noch 4 Jahren muskler Paderwan Ja genau so Nico Nein ich rück nicht B Oh mein Gott war das klapp mit dem Pfeil Ich hab's geschafft Nico hat könnte Ich raste aus Ich raste aus Ich hab gewonnen Ah ich hab was doch Janikai geholt Egal wenigstens ist einfach die Map geschaffen Das ultimative Schaf Oh Das ultimative das Schaf Ja nice Das war ja wohl richtig geile Runde So wir sehen uns in der nächsten Runde Macht's gut Leute Jo tschau Ciao 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 Ciao